Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir und heute möchte ich Rackdoll Plaster 3 für 90 Cent vorstellen und man kennt ja auch schon am Namen, dass es hier von zwei Vorgängern gab. In diesem Spiel berührt man einfach eine Kanone und kann damit Hilfe eines Fadenkreuzes bestimmen, wohin und wie stark man schießt. Nach dem Loslassen fliegt eine Spielfigur entsprechend heraus und sollte dabei am Ziel ankommen, welches durch eine rot-weiße Scheibe gekennzeichnet ist. Rein theoretisch kann man auch unendlich viele Figuren abschießen, doch je nachdem wie viele man abgeschossen hat und auch wie viele von diesen goldenen Knöpfen unterwegs eingesammelt wurden. So sieht am Ende auch die Bewertung aus, also es sind dann nur 1, 2 oder 3 Sterne. Von diesen Knöpfen kann man zudem auch noch in einem Store weitere Objekte freikaufen, das sind eigentlich alles nur andere Spielfiguren, also die sehen einfach anders aus, wobei ich das auch richtig cool finde, das bringt auch so ein bisschen Abwechslung mit sich und auch in jeder Welt unterscheiden diese sich voneinander. Insgesamt gibt es momentan 5 verschiedene Welten, ich würde euch gerne jede einzelne zeigen, denn die Screenshots sehen auf jeden Fall schon mal richtig klasse aus, doch leider bin ich momentan erst in der zweiten. In dieser ist alles vereist und dementsprechend rutschen auch die Figuren viel besser hin und her, man kann also Decken manchmal rauf rutschen, wenn da halt Eis ist oder zum Beispiel auch Loopings machen und so weiter, das ist auf jeden Fall schon mal richtig cool und besonders viel Spaß macht das Spiel, denn es gibt immer wieder was Neues zu entdecken. Dazu gehören zum Beispiel Kugeln, die sind auch immer ganz unterschiedlich groß, also zum Beispiel riesige, die kann man dann fast gar nicht bewegen, da wird man eher zermatscht oder auch kleine, die man dann bewegen kann und die lösen dann irgendwas aus, zum Beispiel prallen auf einen Schalter oder so oder andere Kisten fliegen herum oder auch zum Beispiel Wippen, andere Kanonen und noch etliches mehr. Mittlerweile ist dies einer meiner Lieblingsspiele geworden und ich werde damit noch sicherlich die ein oder andere Stunde verbringen können, also es macht einfach richtig viel Spaß für 19% völlig in Ordnung, ich kann es euch nur empfehlen und das war es noch schon wieder von mir, ich danke mir fürs Zusehen und Tschüss.